Heyo mein lieben Freunde herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute geht es darum schauen wir mal wer von euch die fünf Steamtees bekommt. Wir sehen schon eindeutig mehr und wenn wir theoretisch auch mal ins YouTube-Studio schon reinspringen. YouTube-Studio sieht man, ist bisher mein bestes Video, was 350 Prozent mehr Aufrufe ist ein bisschen gesungen, aber ich komme auch davon, dass das Video nicht so lang war und die Wiedergabezeit in Stunden insgesamt ist ebenfalls um 124 Prozent gestiegen. So, dann haben wir jetzt hier diesen YouTube-Command-Picker. Nein, dich möchten wir jetzt nicht von der Denikraft. So, wir kopieren jetzt hier oben die Watch-ID. Hier rein, get YouTube-Comments und der erste Steam-Key geht an Kevin. Du bist auf jeden Fall einer der glücklichen Gewinner. Ich nehme gleich mal ein neues Dokument an. Neue. Next Moment. Winner. Der erste ist Kevin. Mit einem High-Pick-another-Winner. Und der zweite Winner ist... Ist... Gut, den zählen wir jetzt mal nicht. Dann... Oliver-Heilig-Second. Oliver... Oliver-Heilig-Second. Oliver... Zusammengeschrieben. Nein, aufeinander. Heilig-Second. Dann pick another Winner und der nächste Gewinner ist... Panther. Und wir gehen weiter und picken den vierten Winner. Der heißt... Saladrian. So, Saladrian. Und der letzte Winner des Gewinnspieles ist... David-Hiller. David-Hiller. Moiga. David-Hiller. So, das sind die Winner. Das ist vorbei. Jetzt wird überprüft. Und... Kevin L.P. Ist der... Dabei? Ja. Den haben wir hier unten. Fast vor einem Jahr ist der schon dabei. Oliver-Heilig-Second. Mh... Den sehe ich jetzt nicht. Das heißt... Oliver-Heilig-Second. Hätte gewonnen. Ähm... Das heißt... Wir picken einen neuen. Und... Der nächste glückliche ist... Clefner-P. Den hatten wir schon. Der nächste glückliche Winner ist... Panther. Den hatten wir ebenfalls schon. Der nächste glückliche Winner ist... Oh... Spore-Gamer. So... Spore-Gamer. Der ist auch seit... Zwei Monaten... Dabei. Spore... Gamer. So... Ähm... Dann gucken wir mal weiter. Panther. Ist der Panther dabei? Panther ist dabei. Salat-Renn ist dabei. Und... David... David... Hilla. David Hilla. Tut mir echt leid. Du bist ebenfalls nicht dabei. Überhaupt noch. Warte mal. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 8... Zack. 2007. Verlässnis nicht... 3... 4.... 1... 7... 5... 5... 6... 8... 5... 10... 10... 10... 11... 10... gewonnen der hat gewonnen das ist raus der 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 ist raus er ist raus und ja es gibt eigentlich nur noch oliver heilig kevin steht schon drauf das heißt würde ich mal sagen Asaho Asaho du gehst ebenfalls Tütengewinner an Weihnachten aber auch öffentlich steht und wir sehen es hier Asaho vor sechs Tagen ja das war vor sechs Tagen war genau da wo ich das Video hochgeladen habe und wer jetzt sich fragt hier unten 25 ist ja nicht jetzt nicht ich habe gesagt Sonntagsende ja das lag jetzt einfach daran dass ich das Ding hier wird hat ein bisschen Delay und deswegen habe ich gewartet aber ja damit haben wir fünf Steam Codes und um euren Steam Code jetzt nur noch zu beanspruchen unter das jetzige Video kommentieren mit dem gleichen Account und dann euren Namen hinschreiben also zum Beispiel euren E-Mail-Adrag hinschreiben zum Beispiel jetzt example at example.com zum Beispiel jetzt und dann schicke ich euch dahin euren Steam Codes wenn ihr euch bis Sonntag nicht gemeldet habt verfällt dieser Steam Key und ich würde mal sagen das war es jetzt mit dem Video schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare ob ich vielleicht nochmal sowas machen soll ich jetzt nicht direkt nächstes Video aber ob ihr vielleicht mal Bock habt so in keine Ahnung in 3-4 Monaten nochmal so ein GVW ich diesmal mit mehr ihr kommt immer halt auf die Abozahl drauf an ich meine Abos sind natürlich auch gestiegen und ja macht's gut bis zum nein dich brauchen wir auch nicht macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao Leute bis zum nächsten Mal und ciao